Servus Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Tom Raider Staffel 2 Ähm, achso, warum spiel ich jetzt mit der Maus? Ich Idiot. Brauche meine Controller! Wow, irgendwie find ich die kraftig. Sie sieht viel geiler aus als davor. Du spinnig! 20 Sekunden! Geocatches. Mann. Ja, ich hab diese ganzen Totenkämpfe, glaub ich, gesammelt. Geocatch... Küsten-Ding... Geocatch, da will ich hin. Dann bin ich gut. Zentrieren. Ähm... So. Irgendwann. Entweder... Bin ich... Voll verwirrt. Ich hab ja jetzt schon Rise of Tomb Raider 2 gespielt. Äh... Rise of Tomb Raider 2. Wow! Genius Flow. Ich hab Rise of Tomb Raider gespielt. Ich fand's echt geil. Wir müssen nur... Ich hab... So. Ähm... Meine Grafikarte will nicht so ganz wie ich will. Das ist das größte Problem. Ähm... Tja. So. Da 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 da. Ich muss nur die Reise um die Funde zu verlassen. Ja, das ist schon klar. So. Wo bin ich jetzt? Ich kann ja nicht weiter ran zoomen. Ah. Jetzt sind wir jetzt in der Höhle. Wo ist das? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Oder wirklich, ob sie sich vorspünnen da oben. Ich weiß mal nicht wie ich da hochkommen will. Ich weiß mal nicht wie ich da oben rüber 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 rüber. Ich glaube ich muss auf den LKW drauf. Warum nicht? Ja, chill! Endlich! Ähm, fast! Tja! Soll ich die Beine nach rein. Wo ist hier? Hier, Kitsch! Nee, geh an Kitsch! No, da ist das Lagerfeuer. Ich geh da gar nicht hin. Ich will dieses scheiß Geocatch finden. Wie ist das? Geocatch? Da ist es da unten. Da ist es wahrscheinlich wieder. Raum auf. Und gucken. Aber es leuchtet. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht so ins Ohr, Mädel. Mensch. Das stimmt. Kann nicht wahr sein. Dann hole ich hier mal das Dokument rein. Ah! Ah! Ja, das ist mir angezeigt. Haben sie anscheinend gepatcht, oder? Das war ja, glaube ich, letztens ein Patch. Da kannst du wahrscheinlich die Dinger mehr sehen kannst. Da kannst du wahrscheinlich die Dinger mehr sehen kannst. Wenn du nicht mehr hingeleitet werden kannst. Und suchen musst. Also klar. Alles klar! Ah! Ganz zufällig. Kann wahrscheinlich irgendwas sein. Was haben wir? Nicht. Ich weiß ja nicht, ob die hier. Irgendwo was versteckt haben sollten. Irgendwo nicht. Irgendwo nicht. Oder nicht mal wirklich irgendwie. Suchen. Ja. Ja. Kann man natürlich auch. Äh. Äh. Geisterjägerin. Äh. Geocatch ist 5 von 5. Nicht die Kunden. Dokument der E5 von 5. Achso. Ich hab die. Das Ding eigentlich schon fast fertig. Nur die Geisterjägerdinge für mich. Okay. Passkarte. Cool. Jetzt geht halt irgendwas nicht. Oh. Unbekannt. Da hab ich noch was Unbekanntes. Ja. Achso. Das hab ich alles schon gebunden. Dann. Gehen wir mal zum nächsten. Ja. Da kann ich nicht hin. Da hab ich ja wirklich viel Shit. Grabstätte. Raussuchen. So. Dino Shit. Dino Shitchen. Uah. Shit. Sechs Prozent. 32 Prozent. 85 Prozent. Ach. Geht da hin. Boah. Eck jetzt. Ah. Da. Okay. Wohin kann ich dann mich bitteschön mit dem Schnell. Schnellreiselager. Was? Boah. Du bist dumm. Dumm wie ne Stulle. Ich dachte. Oh. Du kannst nicht wie Getim beamen. Wow. Endgine. Ne. Ist er nicht. Muss ja von nem Schnellreiseding sein. Ah. Ja. Zack. 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 Ja, mach da. Das mal hin. Mach die die wenig haben, mach zuerst. Das mal fett. Oh, da finden wir ja gleich was. Aber irgendwie ist die Musik diesmal lauter als sonst. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So. Aber da machen wir ein Kind ist jetzt. Das ist nicht gut. Du musst also eigentlich... Nein... Oh. Haha. Ein bisschen weg. Ich dachte da ist sowas. Mann ist der so doof. Mann ist der doof. Ja, jetzt rollen auch schon wieder. Ah. Noch ein Geoketsch. War ja schon. Das ist eine Schatzkarte. Ja, dahin. Oh, fähig. Oh. Und Geoketsch. Da steh ich noch gar nicht in den Decker durch. Also, get out of the shit. Ah. Ah. Habe ich ja von dem Ding. Flügel. Grafbar. Gräber. Zwei sind da. Eins habe ich geplündert. Ja. Minenräume. Was ist denn eine Mine? Scheint ist da immer eine Mine. Geoketsch. Ein bisschen das Ding ist da. Schütztrax. Geoketsch. Elikieren. Fünf von sechs. Lager. Ist das Lager? Gute Sache. Also Leute. Das war's mit der Folge. Wir reden uns wenn wir das nächste Mal einschalten würden. Und bis dann. Servus. Ciao.